Seid ihr es nicht auch leid, ihr macht eure liebsten Yu-Gi-Oh! Produkte auf und denkt so Mann, das ist ganz schön viel Müll! Und dann denkt ihr, okay, die Umwelt wird immer wärmer, alles wird weggeschmissen, alles wird verbrannt, wo kommt es hin, landet es in der Erde Und jetzt natürlich die Frage, wenn ihr Produkte kauft, scheidet ihr mit der Umwelt oder könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen aushelfen? Und dafür ist das heutige Video da, denn Ultimate Guard hat mir was zugeschickt, was ich unglaublich cool finde. Ich werde, by the way, nicht bezahlt für das, was ich jetzt hier sage, denn die haben mir kostenfrei das Produkt zugeschickt und haben gesagt, Jürgen Aubertin, guck dir das mal an, vielleicht finden sie das ganz cool Und ich finde einfach die Idee von diesem Produkt so cool. Falls ihr nicht wisst, worüber ich rede, es geht um die Return to Earth Dual Box, die ist einfach saukool Ich habe jetzt ein Paket bekommen, das ist, by the way, nicht das erste Paket, was ich bekommen habe, ich habe jetzt was anderes bekommen, nämlich das Ding hier, das ist saukool, Leute, das ist saukool Official Promotion, diese tolle Mütze hier, so eine Schlüsselband, was halt, why not, aber die sieht doch geil, das hört sich aus wie ein Ultimate Grafvertreter, oder? Wenn ihr was haben wollt, ich bin am Start, ich bin dabei Und so ein Regenbogen-Säckchen, der eigentlich ganz nice ist, den ich wahrscheinlich auch nicht so oft nutzen werde, aber der ist eigentlich ganz cool Und ja, ich würde euch auch mal zeigen, was in dem Päckchen so drin ist, machen wir einfach mal auf Und hier haben wir einmal unsere Deckboxen Wir haben zwei Stück davon bekommen Und der Grund, warum ich dieses Produkt so cool fand, fand auch das Design von diesen Deckboxen so cool Ihr seht, wir haben hier zwei, ich habe nochmal was cooles vor Diese Box finde ich optisch ziemlich, ziemlich cool Die ist auch nice, aber die finde ich nicht so geil wie die hier, deshalb könnt ihr die gewinnen Ihr müsst mir einfach nur in die Kommentare schreiben, welches Produkt von Ultimate Guard ihr nicht missen möchtet Ich persönlich bin ein riesen Fan von meiner Flippin' Tray Deckbox hier Die benutze ich unglaublich gerne und ich habe wirklich viel von Ultimate Guard, habe ich festgestellt Was sagt ihr, was ist euer Lieblingsprodukt von Ultimate Guard? Auch das Ding hier ist ein Runner-Up, aber ich würde sagen, machen wir nochmal das Chirzchen hier auf und gucken mal, wie das aussieht Die Verpackung, by the way, ist ziemlich, ziemlich nice Der Grund, warum das halt ziemlich cool ist, ist halt hier, ihr könnt hier Dispurchase the Pro Directly Support the Global Reforestation Also du kannst quasi damit halt unterstützen, dass die Leute halt wieder die Welt bewalten Das ist halt ganz cool Und hier Visit Return to Earth to Learn More Also wenn ihr das sehen wollt, Return.Earth Da könnt ihr quasi euch ein bisschen mehr informieren, was ihr damit halt macht Das ist halt ein Produkt, das ist recycelt worden Ich will die Box nicht mehr, ich will die Box eigentlich ziemlich, ziemlich nice Weil die auch aus einem schönen Papier ist Und hier kriegt ihr ein Dankeschön Thank you for your purchase, you are supporting us to achieve our ecological goals Finde ich ziemlich nice Und hier ist nochmal eine kleine Beschreibung, was ihr da quasi tut Und wie gesagt, hier ist alles recycelt Und ich persönlich finde, dass diese Deckbox extrem, extrem sick aussieht So, aber natürlich ist aussehend nicht alles Was, wie gesagt, ziemlich cool ist Hier schön Ultimate Guard, Premium Protection Das ist halt eine Boulder Deckbox Die gibt es schon von Ultimate Guard, das ist jetzt kein neues Design Aber wir haben quasi jetzt hier das Material, das seht ihr hier Das ist so recycelt Und hier schön Return to Earth Deckbox, was ziemlich nice ist Das ist halt, du drückst hier zusammen Dann könnt ihr die normalerweise aufziehen Weil die haben wir ja an den Seiten Diese Einkerbungen Das heißt, ihr habt nachher hier so ein bisschen Diesen kleinen Warp drin Das ist bei Neko schon immer so gewesen Aber eigentlich Sind die von der Qualität her Extrem solide gebaut Das heißt, hier hat noch echt einiges aus Auf jeden Fall, cooles Produkt Wir packen mal kurz ein Deck rein Hier nehmen wir mal hier mein Tribal Zodiac Deck Wo noch der schöne Die schöne Dryden drin ist Glaube ich Ja, rip Da sind jetzt 40 Karten Plus Extra Deck Plus Side Deck Das heißt, hier passt locker Ein 60 Karten Next Main Deck rein Mit 15 Karten und Side Deck Das ist halt ganz nice Und da hätte ich wirklich keine Angst Dass meine Karten kaputt gehen Das ist halt unglaublich heftig Das fühlt sich halt unglaublich solide an Ja, coole Deckbox auf jeden Fall Ich finde sie halt sauschön Ich habe mir auch lange im Bereich überlegt gehabt Wie ich euch zeigen kann Was diese Deckbox hier aushält Denn die ist halt echt solide Man hätte sie halt vergraben können Man hätte sie ins Wasser schmeißen können Hätte sie auf den Baum schon werfen können Hätte sie einfach im Wald irgendwo aussetzen können Danke Dennis übrigens Blumtop So sieht's aus Wenn ihr sein Video sehen wollt Oben ist ein Ding zu seinem Video Dennis hat die Box auch geöffnet Hat ein paar Sachen damit getestet Sehr, sehr cooles Video by the way Ich bin zum Schluss gekommen Dass der beste Test eigentlich wäre Das ein paar Monate mal ausprobieren Um mal zu gucken Wie gut die funktioniert Ob die wirklich halt Wear und tear aushält Man kann sie halt wirklich hier theoretisch fallen lassen Und halt ein bisschen was testen Aber das ist eigentlich nicht der Produkttest Den ich machen möchte Also ich werde euch quasi Updates dazu geben In meinen Livestreams Ihr könnt mir ja gerne Fragen zu der Box stellen Wie cool die ist Ich werde euch den Link zu Ultimate Guards Website In der Videospreitung verlinken Da könnt ihr den kaufen Ich weiß nicht genau wie viel es kostet Aber ihr werdet es ja sehen Wenn es drauf geht Ist auf jeden Fall ein ziemlich ziemlich cooles Produkt Und ja Return to Earth Untertitelung des ZDF